Hilfe, wo ist mein Studio hin? Warum sieht alles anders aus? Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Als mein Stammzuschauer weißt du, normalerweise ist der Hintergrund weiß und es sieht alles viel besser aus. Jetzt siehst du hier im Hintergrund den Bearbeitungsbildschirm für mein erstes Video im Jahr 2020. Ich habe gerade festgestellt, dass es viel zu lang geworden ist, deswegen habe ich es in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil kannst du den Überblick über die neuen Elektroautos im Jahr 2020 von über 13 Herstellern sehen. Im zweiten Teil, bei dem du jetzt bist, kriegst du den Nachrichtenüberblick. Unter anderem zum Beispiel darüber, dass man mit dem Tesla Model 300, 400 Euro pro Monat sparen kann, wenn man zum Beispiel vor einem BMW 3er gefahren ist. Die Renault Zoe ist auf Platz 1 gelandet bei den Verkaufsscharts in Deutschland und dann haben wir natürlich noch jede Menge andere interessante Nachrichten. Also schau sie dir jetzt in Ruhe an. Ich freue mich, dass du da bist. Überrascht hatte auch Ego ringt um die Finanzierung. Also das heißt, hier gab es im letzten Jahr, im Oktober, das Problem, dass Ego kurz vor der Insolvenz stand und im Prinzip nur durch eine 100 Millionen Euro Finanzierung seine Aktionäre gerettet werden konnte. Hintergrund ist, ich habe es schon fast befürchtet, dass es Ego natürlich in Schwierigkeiten bringt, aber wie groß sie sind, war mir nicht bewusst. Die Verzögerung beim Produktionsstart, es gab Probleme mit den Zulieferern, es gab Probleme mit der Zulassung, also Homologation des Fahrzeugs und dadurch wurden ja zum Beispiel letztes Jahr nur 500 Ego verkauft. Und wenn man so ein Unternehmen startet, rechnet man natürlich mit entsprechenden Verkäufen, den Umsatz, den Einnahmen daraus in Verhältnis zu den Kosten. Und wenn sich das verzögert, das ist richtig tückisch, wenn die Kosten bleiben, eventuell steigen sie sogar, weil man sich wieder neue Zulieferer besorgen muss, suchen muss oder bei der Homologation zusätzliche Kosten entstehen und die Einnahmen kommen nicht. Und daher ist dann der Finanzierungsbedarf sehr hoch. Also ihr kennt es von Sonomotors, da können wir auch gleich zu, das sind 100 Millionen wirklich keine große Summe. Diese sind wie gesagt von den Aktionären jetzt übernommen worden. Ego hat hier den Vorteil, dass sie zum Beispiel mit ZF sehr eng zusammenarbeiten und ZF natürlich ein großes Interesse daran hat, dass der Ego auf den Markt kommt. Und ich bin gespannt, wie er sich verkaufen wird, denn er ist noch teurer geworden. Die Preise sind um 2.000 Euro angehoben worden, unter anderem auch aufgrund des Umweltbonus, den jetzt E-Auto-Startups natürlich mit einkalkulieren müssen und nicht querfinanzieren können durch irgendwelche schon gut laufenden Autos mit Verbrennungsmotoren. Und somit natürlich dann das Problem besteht, dass jetzt ab diesem Jahr 3.000 Euro netto hier als Umweltbonus Anteil vom Hersteller übernommen werden müssen. Und diese 3.000 Euro beim Auto, was ich glaube ab 15.000 Euro oder sowas kostete, der Ego in der preiswertesten Variante, da gibt es keine große Marge, die dann einfach mal 2.000, 3.000 Euro abdecken kann. Also insofern ist das nicht so einfach. Wenn euch das Thema Ego interessiert, schaut unter dem Video in der Beschreibungsbox den Link an. Hier am Handelsblatt stehen die ganzen Details nochmal drin. Auch beim Handelsblatt Edison habe ich die Informationen für euch mal rausgesucht zum Thema Sonomotors. Und zwar ist es ja so, dass Sonomotors gesagt hat, wir brauchen 50 Millionen in 30 Tagen, also bis zum 31.12.2019. Das Ziel haben sie verpasst, denn am 30.12.2019, 24 oder 23.59 waren das gute 30 Millionen. Sie haben sich auf der einen Seite darüber gefreut, dass es so viel geworden ist, auf der anderen Seite natürlich bedauert, dass es nicht gereicht hat. Dann wurde eine Umfrage gestartet. Wir können hier einfach mal auf die Seite von Sonomotors gehen. Und in dieser Umfrage, die jetzt über den Jahreswechsel stattgefunden hat, wurde von den Reservierern, von den Vorbestellern, vom Sion beschlossen, dass die Kampagne bis zum 20.01. verlängert wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen bedenklich, denn wenn man sagt, wir brauchen 50 Millionen innerhalb von 30 Tagen, wenn es nicht klappt, ist Schluss, dann muss auch Schluss sein. Oder man muss von Anfang an sagen, wir nehmen als erstes Ziel 50 Millionen in 30 Tagen und wenn das nicht klappt, dann gucken wir weiter. Nun gut, die Community hat entschieden. Es ist so, dass jetzt seit gestern sind auch schon wieder eine Million Euro dazugekommen. Die Kampagne läuft weiter, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, der jetzt nicht seine Reservierung in eine Bestellung umwandeln möchte, also sprich ab heute oder gestern stornieren kann. Dem könnte oder wird wahrscheinlich das Geld sogar ausgezahlt werden, was natürlich jetzt im Rahmen einer Insolvenz nicht der Fall ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier die Kampagne in Zahlen ansehen, wie gesagt, ich kann das immer nur so von dem Blick von außen, den ich hier habe, machen. Insofern alle Angaben ohne Gewehr. Sieht es eben halt so aus, es gibt 789 Stornierungsanfragen, also die gesagt haben, ich möchte jetzt nicht mehr den Sion bestellen. Die haben sozusagen reserviert, eine Anzahlung von mindestens 500 Euro gemacht und sagen, sie möchten jetzt das Geld zurück. Und das sind insgesamt 1,563 Millionen, die hier zurückgefordert wären. Und wenn wir uns anschauen, laut diesen Zahlen ist bis zum 3.1. ein Betrag von 1,2 Millionen als Darlehen und 100.000 als Spenden hinzugekommen. Das heißt, hier sind 1,3 Millionen sozusagen auf die Konten geflossen, die dann gegebenenfalls die Stornierungsanfragen decken könnten. Also das heißt, womöglich kann Sonomotors jetzt die Stornierungsanfragen bedienen und zusätzlich auch noch die 20 Tage, also bis zum 20.1. durchhalten für die Verlängerung. Länger dürfte es denn knapp werden. Genaue Zahlen, wie gesagt, habe ich nicht. Aber dann wird auf jeden Fall irgendwann die Entscheidung fallen müssen. Ich habe die Umfrage von Sonomotors mir auch nochmal angeschaut. Ich habe nicht teilnehmen können, weil ich ja nicht Reservierer bin. Aber da war zum Beispiel auch die Frage, wie sieht es aus? Wollen wir jetzt einfach mit dem Geld, was wir eingesammelt haben, die Prototypen bauen? Das würde dazu führen, dass dann nochmal 8 Monate mindestens Verzögerung bei der Produktion sind, weil dann sozusagen erst 10 Millionen, so viel kostet ja der Prototypenbau, in diesen Bau fließen. Dann hätte man mit den Fahrzeugen rumfahren und noch mehr Interessenten sammeln können und dann sozusagen die Produktion starten, wenn dann mehr Geld, also sprich sozusagen die ursprünglich mal 50 Millionen zusammengekommen sind. Offensichtlich haben sich die meisten dann dafür entschieden zu sagen, wir möchten jetzt verlängern. Ich hoffe, dass das Ganze ein gutes Ende nimmt, egal in welche Richtung. Was ich wirklich sehr interessant finde, schaut euch mal die Seite von Sonomotors an. Hier gibt es sehr viele Informationen. Selbst wenn man das Projekt selber nicht unterstützen will, kriegt man viele Informationen darüber, wie man ein Auto auf den Weg bringt. Und gucken wir mal, ob es klappt. Ich bin verhalten optimistisch, denn auch die jetzt 16,4 Millionen, die noch in 17 Tagen fehlen, jetzt reinzukommen, wird sehr sportlich. Denn dieser Drive, der Dynamik, die Dynamik ist ja im Prinzip bis Ende des Jahres gewesen. Gucken wir mal, ob jetzt das Geld entsprechend zusammenkommt. Kommen wir zur Dynamik. Tesla hat im vierten Quartal einen Rekordverkauf aufgestellt. Der kam jetzt so für den einen oder anderen Analysten sehr überraschend. Denn im vierten Quartal letztes Jahr sind 112.000 Fahrzeuge an die Besteller ausgeliefert worden. Das ist erstmals über 100.000. Und insgesamt ist man bei 380.000 verkauften Elektroautos letztes Jahr gelandet. Das ist so das untere Limit der Prognosen, wenn geplant waren. 360.000 bis 400.000. Aber ein wirklich erstaunlicher Wert, weil man zwischendurch nicht mehr damit gerechnet hat, dass diese Ziele erreicht werden. Dann, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, was ich sehr spannend fand, die Auslieferung in Hollander fast 8.000 Model 3 in einem Monat. Das muss man sich mal vorstellen. Das war wirklich Massenverteilung direkt vom Kai, also sozusagen der Autotransporter hat angelegt. Autos wurden rausgefahren, kurz die Schutzfolien abgerissen und dann kamen schon die Kunden, haben das Auto weggefahren. Also das war wirklich im großen Stil. Jetzt ab dieses Jahr wird es in Holland wahrscheinlich erstmal eine große Schnaufpause geben, weil dort die Förderungen ausgelaufen sind, die dazu geführt haben, dass jetzt so viele Model 3 gekauft worden sind. Und jetzt können wir im restlichen Europa auch damit rechnen, dass es wieder Model 3 gibt, denn im Dezember, November war der Markt wirklich komplett leergefegt und alles, was nicht direkt bestellt worden war, war im Vorfeld, ist gar nicht nach Deutschland geliefert worden. Also ich erwarte keine große Summe an Auslieferungen von Model 3 jetzt im Dezember. Das wird jetzt erst wieder dieses Jahr dann entsprechend vorangehen. Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, in China wird das Model 3 günstiger. Die China Factory scheint jetzt so 1000 Model 3 pro Woche zu produzieren. Die ersten 15 Stück sind schon letztes Jahr ausgeliefert worden und jetzt sind die Preise nochmal gesenkt worden. Und das ist, denke ich mal, auch durchaus für Deutschland denkbar. Wenn dann in Deutschland zum Beispiel das Model Y produziert wird, gehe ich davon aus, dass Tesla die Preise auch nochmal senken wird, weil es einfach günstiger ist, vor Ort zu produzieren, als es zum Beispiel über den großen Teich anzuliefern. Und das Gleiche gilt hier für China. In China nochmal ein bisschen deutlicher als in Deutschland, weil es hier wohl auch einige, ich sage mal, chinesische Komponenten gibt. Ich möchte jetzt nicht sagen mit minderer Qualität, mit anderer Qualität, sodass hier zum Beispiel bei der Batterie ganz andere Batterien verbaut werden, als zum Beispiel in Europa oder für den europäischen Markt. Also es ist wirklich erstaunlich, was Tesla hier geschafft hat, innerhalb von einem Jahr die Produktion aufzubauen und mit der Auslieferung zu starten von, ja, im Prinzip einer leeren Wiese. Sehr interessant fand ich auch die Karte von den Superchargern. Und zwar ist die jetzt über den Jahreswechsel aktualisiert worden. Also für alle, die noch ein bisschen Abenteuer in Europa haben wollen, entweder nicht mit dem Tesla fahren oder noch ganz schnell ans Nordkap. Ihr seht die Grauen, das sind die Stationen, die dieses Jahr gebaut werden sollen. Tesla prognostiziert das immer sehr optimistisch. Also es gibt auch einige Stationen, die hier schon seit Jahren angekündigt werden, immer zum Ende des jeweiligen Jahres. Man ist sich also nicht sicher, ob sie wirklich kommen. Aber man sieht hier ganz deutlich, dass der Ausbau nicht nur natürlich hier oben am Nordkap, dem Wahlfahrtsort sozusagen der Tesla-Fahrer, sondern auch insgesamt ausgebaut wird. In Deutschland, gerade so im Norden, ist der Ausbau eher überschaubar. Aber insbesondere, wenn man sich jetzt zum Beispiel England anschaut oder auch in den Osten geht, dort kommen viele neue, hier bis in die Türkei kommen neue Ladestationen, sodass die Fahrt in die Türkei relativ entspannt mit dem Tesla wird. Denn bisher hat man hier auf dem Balkan doch schon so einige Probleme zu laden. Und auch im Mittelmeerraum werden neue Supercharger gebaut, hier auf den Inseln, sogar auf Mallonca oder auch Spanien bekommt richtig viele neue Supercharger. Und dadurch wird, auch wenn jetzt zum Beispiel das Supercharger-Netz in Deutschland, ich habe ja immer wieder darauf hingewiesen, anzahlmäßig jetzt mittlerweile von den Ultraschnellladern überholt worden ist, das bequeme Reisen mit dem Elektroauto in ganz Europa mit Tesla noch deutlich bequemer. Und das ist wirklich der große Vorteil, den nach wie vor Tesla hat, dass hier dieses Supercharger-Netzwerk dann ausgebaut ist. Es zeigt sich aber auch gerade, dass in Spitzenzeiten auch in Europa mittlerweile jetzt die Supercharger an ihre Grenzen kommen. Ich habe einige Bilder jetzt zwischen den Feiertagen aus Deutschland gesehen, zum Beispiel den Supercharger-Karm, Hirschberg, Leonberg, die hier komplett überlastet waren, wo man dann wirklich anstehen musste. Aber ganz ehrlich, kein Wunder, wenn ihr euch überlegt, dass alleine im Dezember 8000 Model 3 in Holland verkauft worden oder ausgeliefert worden sind. Die müssen natürlich auch irgendwann irgendwo hin. Denn 8000, das ist ungefähr die Summe an Model S in ganz Deutschland. Also es sind Unmengen von Fahrzeugen. Das Gute ist eben halt, dass das Model 3 und auch die neuen Model S und X durch den CCS-Adapter bzw. CCS-Anschluss beim Model 3 die öffentliche Ladeinfrastruktur mitnutzen können, sodass man einfach flexibler ist. Aber gerade in den Stoßzeiten, denke ich, muss man in Zukunft damit rechnen, dass es immer mal wieder zu Engpässen am Supercharger kommen kann. Laut einer Studie sind Elektroautos günstiger als Autos mit Verbrennungsmotor. Das Tesla Model 3 spart am meisten. Es ist ja immer die Frage der Betrachtung. Bisher war es immer das Problem, es gab nicht wirklich vergleichbare Autos, sowohl Autos mit Verbrennungsmotor als auch Elektroautos. Man hatte nicht so ein richtig großes, breites Spektrum. Zum Beispiel das Tesla Model S konnte man immer nur mit Oberklassenlimousinen vergleichen, um wirklich ein vergleichbares Ergebnis zu bekommen. Denn der größte Kostenfaktor ist der Wertverlust. Das heißt, wenn hier ein größerer Wertverlust bei dem einen oder anderen Auto stattfindet, dann schlägt sich das in den Kosten natürlich deutlich nieder. Jetzt ist hier das Model 3 mit der BMW 3er-Reihe verglichen worden. Und hier spart das Model 3 400 Euro im Monat. Das heißt, über 5 Jahre gerechnet 25.000 Euro und das auf einer Fahrleistung von 15.000 km pro Jahr berechnet. Wahrscheinlich die wenigsten Model 3-Fahrer, wenn ich mich so umschaue und höre, was die schon alles für Kilometer abgerissen haben, werden diese 15.000 nur fahren. Sprich, sie wären dann entsprechend sogar vielleicht sogar mehr im Vergleich zu einem BMW 3er sparen. Beim Model S, das wurde hier mit dem BMW 640D GT-M X-Drive verglichen, ist es so, dass wohl 100 Euro im Monat gespart werden. Hier auch wieder die gleiche Laufleistung, 15.000 km, aber natürlich auf höherem Niveau. Aber, und das ist natürlich das Interessante, gerade jetzt mit dem höheren Umweltbonus wären auch die günstigen Fahrzeuge, wie zum Beispiel die, ich nenne sie jetzt einfach mal VW-Drillinge, also den Seat, Skoda und VW, deutlich günstiger, insbesondere in Relation zum Kaufpreis. Aber da, wie gesagt, werde ich nochmal ein extra Video machen. Also, man sieht durch den Umweltbonus, durch die günstigeren Batteriepreise, durch den geringeren Wertverlust, durch geringere Verbrauchskosten, günstige Strompreise, aber auch geringerer Unterhalt bei Wartung, ist das Elektroauto immer interessanter. Und durch den Umweltbonus sind wir jetzt mittlerweile wirklich in einer Region unterwegs, die Elektroautos günstiger oder mindestens wettbewerbsfähig zu einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor machen. Kommen wir nochmal kurz zur Gigafactory in Nevada. Dort sind jetzt 30 Gigawattstunden Kapazität möglich. Am Anfang des letzten Jahres hatte sich Elon Musk ja darüber beschwert, dass nur 24, glaube ich, Gigawattstunden produziert wurden. Jetzt ist der Personalengpass und die Produktion entsprechend optimiert worden, sodass 30 möglich sind. Und es ist sogar ein Ausbau auf 54 Gigawattstunden möglich. Warum ist das interessant? Ganz einfach, weil bisher nach Aussagen von Tesla immer die Batterieproduktion der Flaschenhals war. Das heißt, sie hätten eigentlich mehr Elektroautos verkaufen können, hätten sie mehr Batterien produzieren können. Und was natürlich auch interessant ist, dadurch, dass jetzt offensichtlich da der Produktionsengpass behoben ist, dass dann zum Beispiel auch für die Weiterentwicklung der Batterien für andere Elektroautos, also Model S, X, Model Y, die Kapazitäten da sind, sodass durchaus die Hoffnung bestehen kann, dass dann zum Beispiel dieses Jahr das Model S und X eine neue Batterie bekommt. Die Gerüchte gibt es ja schon, dass zum Ende des Jahres, Sommer, Herbst, die neue Batterie dann auch mit dem sogenannten Plate-Antrieb kommen wird. Also das ist ein dreimotoriger Antrieb für das P-Modell, mit dem es dann noch schneller wird und dann entsprechend auch höhere Reichweiten mit der Batterie möglich sind. Ja, die Renault Zoe hat wieder den ersten Platz beim Verkaufschart in Deutschland erreicht und zwar sind 9.000, wo ist die Zahl, 431 Einheiten verkauft worden. Wie gesagt, ich vermute, dass es unter anderem daran liegt, dass in Holland so viele Model 3 zugelassen werden mussten. Sonst hätte es wirklich ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Model 3 geben können. Wir schauen, wie es dieses Jahr ist. Allerdings ist das Model 3 natürlich auch nochmal deutlich teurer. Nichtsdestotrotz wird es für Renault mit der Zoe 2020 immer schwieriger, auch dieses Jahr den Titel zu bekommen, weil es einfach mehr Alternativen gibt und sich somit natürlich die Kaufinteressenten nicht mehr nur auf ein Auto konzentrieren, sondern eben halt zum Beispiel den ID.3 haben, die Fahrzeuge, die ich vorhin genannt hatte, wie den Corsa E, Peugeot E 208 und so weiter. Und dadurch gucken wir mal, wer dieses Jahr die Krone bekommt. Auf jeden Fall hat es sozusagen der Veteran hier unter den Elektroautos nochmal geschafft. Bei Kia ist der Iniro aufgefrischt worden. Das ist auf der einen Seite natürlich eine sehr interessante Information, weil unter anderem der 11 kW dreiphasige AC-Lader gekommen ist. Das ist nach wie vor wichtig, dreiphasigen Lader zu haben, weil man so dann entsprechend auch mehr Reichweite bekommt, aber auch das Netz nicht belastet ist. Und es sind die Preise erstmal nicht geändert worden. Im Innenraum sind ein paar Kleinigkeiten angepasst worden. Der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, dass die Lieferzeit nach wie vor zwölf Monate beträgt. Unverbindliche Lieferzeit zwölf Monate. Also das heißt, wir haben ja ein sehr interessantes Elektroauto, was zum Beispiel mit der großen Batterie von 64 kWh in 7,8 Sekunden auf 100 ist und 455 km Reichweite hat. Also ein wirklich interessantes Auto, um die 40.000 Euro teuer, viel Platz. Ich habe ihn angeschaut und auf der anderen Seite eben halt einfach nicht verfügbar ist. Hoffen wir, dass jetzt im Zeichen der CO2-Flottenverbräuche Kia hier mehr Einheiten für Europa bekommt und dass eben halt auch die Bemühungen hier in Europa, die Produktion aufzubauen, erfolgreich sind, sodass der e-Niro ein wirklich gutes Elektroauto dann auch in nennenswerten Stückzahlen nach Deutschland kommt. Kommen wir zur letzten Nachricht dieser doch sehr umfangreichen News. Und zwar will der Verband der deutschen Automobilindustrie eine Reform des Parksystems, die unter anderem dazu führen soll, dass Sonderparkplätze für Elektroautos geschaffen werden. Das ist insofern wichtig, weil es immer noch solche Einstellungen wie zum Beispiel in Kiel vom Oberbürgermeister gibt, der sagt so nach dem Motto, nee, auf einem guten, zentral gelegenen Parkplatz bauen wir keine Ladestationen, dann fallen ja Parkplätze weg. Diese Menschen haben offensichtlich noch nicht verstanden, dass man das Auto dort lädt, wo es parkt, dass also auch Elektroautos Parkraum brauchen und parallel eben halt noch eine weitere Funktion haben, nämlich laden können. Das heißt, man muss nicht mehr die Tankstellen befahren und dort das Auto beladen oder betanken, sondern man kann es während das Auto parkt. Schafft man keine Ladestationen auf diesen Parkplätzen, für die Elektroautos stehen sie trotzdem da und der Parkraum wird nicht größer. Und gerade mit der Verbreitung der Elektroautos wird das Ganze natürlich sehr interessant, weil dann die Ladestationen auch mehr ausgenutzt werden. Und hier geht es sozusagen vom Ansatz des VDAs darum, dass jeder den Parkraum bekommt, ohne lange suchen zu müssen, den er braucht und dass die Gemeinden da flexibler sind, also dass man zum Beispiel unterschiedliche Preise für den Parkraum zu unterschiedlichen Zeiten, je nach Nachfrage zum Beispiel, verlangen kann und dass es eben halt auch Sonderparkflächen für die Sharing, also Carsharing-Dienste gibt oder eben halt für Elektroautos, sodass hier der Kampf um den Parkraum fairer gestaltet wird. Ja, soweit zu den heutigen News. Die waren wirklich lange. Ich freue mich darüber, dass du noch dabei geblieben bist. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, kannst du sie wie immer unter dem Video hinterlassen. Einfach Kommentar schreiben. Ich beantworte ihn gerne. Wenn du den Kanal unterstützen willst, geht das ganz einfach. Teile zum Beispiel das Video, damit andere die Nachrichten aus der Elektromobilität kennenlernen. Gib ihm einen Daumen hoch. Und falls du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich darüber, wenn du es wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Out und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein. So kriegst du nämlich die Info, wenn ein neues Video online ist. Und dadurch, dass ich das nicht mehr so regelmäßig mache wie vorher, ist es natürlich wichtig, dass du die Info bekommst. Sonst könntest du vielleicht ein interessantes Video verpassen, denn ich habe hier noch richtig viele Videos auf dem Schneidetisch. Es kommen also in nächster Zeit wieder einige. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Luke Hänningsen.